Sie hören, den letzten Gang serviert der Tod, von Jörg Maurer, gelesen vom Autor, ein Hörbuch des Argon-Verlags. Sowohl in medizinischer, landschaftlicher, wie auch in polizeilicher Hinsicht habe ich mir als Autor gewisse Freiheiten erlaubt. Eines aber stimmt haargenau bis ins Kleinste. Angefangen vom aufsitzenden Pustelpilz, über den braunen Haarschwindling bis hin zum zweifarbigen Knorpelpoling. Sämtliche Pilze in diesem Roman gibt es wirklich. Sie sind durchaus keine Erfindungen von mir. Wie kurz vor Aufnahme bekannt wurde, ist der diesjährige Pilz des Jahres 2020 die gemeine Stinkmorchel. Manchmal schreibt der Wald eben die besten Geschichten. Simmert eine Brühe auf allerkleinster Flamme dahin, sodass sie nur ganz schwach blubbert, sprechen französische Köche davon, dass sie lächelt. Le bouillon souris Entstanden ist diese Niedergarmethode am Hofe des französischen Herrschers Ludwig XIV. Man erzählt sich, dass der König, gelangweilt durch die Gespräche seiner Hofgesellschaft und von einem unbestimmten Heißhunger nach bäuerlich deftigen Genüssen erfasst, von der überreich gedeckten Porzellan- und glasklitzernden Tafel aufstand und sich heimlich in die Schlossküche schlich, wo in einer großen, gusseisernen Pfanne gerade Speckknoblauch und Selleriesamen angebraten wurden. Die fieberhaft arbeitenden Knechte und Mägde bemerkten den König wegen des vielen Rauches nicht. Majestät beliebten nun lustvoll, aus den verführerisch dahinbrodelnden Töpfen zu kosten. Wohlwissend, dass er damit gegen das strenge Hof zeremoniell verstieß, genoss er es nachgerade, mit der nackten Hand eine Kelle zu formen und auf diese Weise eine lauwarme Soße nach der anderen zu schlürfen. Schließlich aber erkannte ihn sein alter blinder Diener Jean-Baptiste am unverkennbar majestätischen Gang und am Klappern der mit Diamanten verzierten Schuhschnallen. Mit einem Aufschrei ehrfürchtigsten Entsetzens fiel das Küchenpersonal auf die Knie und verharrte regungslos. Der König kostete noch dies und das, nagte ein Hähnchenbein ab, schlägte Kuchenteig, entfernte sich schließlich lautlos aus der Küche. Immer noch wagte keiner, den Kopf zu heben. Die versammelte Küchenbrigade hielt zwei Stunden in knien der Haltung aus. Niemand tat auch nur einen Mucks. Schließlich erhob sich der diensthabende Maître de Cousine vorsichtig, um den entstandenen Schaden abzuschätzen. So ziemlich alles war verdorben und verbrannt, verkocht und verkohlt. Der brave Küchenmeister zerraufte sich wehklagend die Haare. Auf einem der Herde jedoch stand ein Topf mit Brühe und eingelegtem Rindfleisch, der auf spärlichster Flamme dahinköchelte. Der zerknirschte Maître wollte den Topf schon wegschütten, probierte aber doch noch und entdeckte, dass die eingekochte Brühe köstlich, ja nachgerade königlich schmeckte. Das Simmern, das Köcheln und Brodeln auf kleiner Flamme, das schwelende Wallen und das schonende Schmoren. Mit einem Wort, das Niedrigtemperaturgaren war erfunden. Wenn es auch gute Gründe gibt, dem Wahrheitsgehalt dieser mündlich überlieferten Anekdote kritisch gegenüberzustehen, so ist doch eines sicher. Das Glücksgefühl des unmittelbaren, gierigen und unbeherrschten Naschens aus dem Kochtopf kann durch nichts übertroffen werden, auch nicht durch noch so raffinierte Darreichungsweisen auf noch so feinem Porzellan am noch so liebevoll gedeckten Tisch. Kein Service kann so gut sein, dass er dem Urgefühl des anarchischen Schlürfens und Schlapperns das Wasser reichen könnte. Keine noch so kunstvoll gearbeitete Sauciere mit einer noch so detailverliebten Schnaupe in Form eines feuerspeienden Löwen bringt die Soße mehr auf den Punkt, als wenn sie mit einem schlichten Holzlöffel oder gar der bloßen Hand aus der Kasserole geschöpft wird. Nie ist der Genießer der Speise näher, nie hört er ihr geheimnisvolles Zischen und Wispern deutlicher. Der großgewachsene Mann in den braunen Kniebundhosen war diesem Zauber des ursprünglichen Genusses im Moment ganz und gar verfallen. Seine Nüstern blähten sich, seine Lieder flatterten, genießerisch schloss er die Augen und beugte sich noch ein Stück weiter über den mächtigen Topf, der fast bis zum Rand gefüllt war mit der blubbernden Verheißung. Über der ländlichen, bequemen Kleidung trug er eine blütenweiße Kochschürze. Als er sich noch ein Stück reckte, hätte man ihn leicht für eine Figur von Karl Spitzweg halten können. Der Soßenschlecker. Öl auf Leinwand, 1856. Neue Pinakothek. Der Topf kochte auf der allerniedrigsten Stufe. Die ringförmig angeordneten Gasflämmchen hielten sich gerade noch am Leben. Trotzdem warf das dickflüssige, goldfarbene Gebräu Kinderhandtellergroße, geräuschvoll platzende Blasen. Sie erzählten etwas vom weiten, wildschäumenden Meer, aber auch von Gewürzkräutern umflorten sonnigen Berghängen. Vielleicht kündeten sie sogar von der evolutionären Ursuppe, in der vor vier Milliarden Jahren das Leben selbst entstanden ist. Herrlich betörende Gerüche stiegen auf. Selige Verzückung spiegelte sich in der Physikomie des Mannes. Seine Wangen röteten sich. Er wedelte mit der Hand den Duft in die großporige, schmachtende Nase. Noch ein Stück weiter beugte er sich vor. Hinter seinem Rücken wippte er mit einem Silberlöffel, der einem aufgeregten Hundepürzel lich. Ganz im Hier und Jetzt des dampfenden Elixiers versunken, bemerkte er den Schatten nicht, der hinter ihm erschien. Von einem Augenblick auf den anderen versank der Kopf des Soßenschleckers in der heißen Brühe, die schmatzend über ihm zusammenschwappte. Ob das Gurgeln von ihm oder von der heißen Flüssigkeit herrührte, war nicht mehr zu unterscheiden. Einige wenige Zuckungen liefen noch durch seinen Körper, der matschschimmernde Silberlöffel glitt ihm aus der Hand und noch bevor dieser auf dem Boden aufschlug, war der Mann in der Kochschürze nicht mehr bei Bewusstsein. Nur die goldglänzende Bouillabaisse brodelte ungerührt auf kleiner Flamme weiter. Die Fischsuppe lächelte. Der kleine, bucklige Mann, der draußen vor dem Fenster stehen geblieben war, schnappte bei dem schrecklichen Anblick fassungslos nach Luft. Sein Mund öffnete sich zu einem Schrei, doch es kam nur ein heiseres Krächzen heraus. Kleine, grellfarbige Punkte tanzten ihm vor den Augen, unwillkürlich schlug er die Hände vors Gesicht. Doch das Chaos in seinem Kopf ließ sich so nicht abstellen. Er wandte sich ab, sprang von der Stufe, auf der er gestanden hatte, und stolperte ein paar Schritte vom Fenster weg, über die Terrasse, auf die angrenzenden Wiese zu. Seine Knie zitterten, er keuchte schwer. Was um Gottes Willen war dort in der Küche geschehen? Hatte er jetzt völlig den Verstand verloren? War er nicht mehr Herr seiner Sinne? Und vor allem, was hatte er getan? Er lief weiter. Als er die frisch gemähte Wiese erreicht hatte, die sich vor der Terrasse des Restaurants ausbreitete, beruhigte er sich wieder etwas. Es musste wohl eine Halluzination seines matschigen Hirns gewesen sein. Doch er wagte nicht zurückzuschauen. Vielmehr blickte er mit hervorquellenden Augen auf die frisch geschnittenen Grashalme und ballte die Fäuste, bis es schmerzte. Nein, das war kein Albtraum. Er hatte sich das nicht eingebildet. Jetzt hörte er undeutliche Stimmen aus Richtung des Hauses. Ganz, ganz vorsichtig blickte er sich um. Auf der Terrasse, zwischen den edlen Ticktischen und angeketteten Flechtstühlen, war niemand zu sehen. Die Stimmen mussten aus dem Inneren der Küche gekommen sein. Doch er konnte nichts erkennen. Eines war sicher. Er musste schleunigst weg von hier. Hastig drehte er sich wieder um und lief ein paar Schritte über den grünen Rasen in Richtung des Herbstwaldes, der das Gelände von allen Seiten umgab. Die Beine versagten ihm anfangs fast in Dienst. Er musste große Willenskraft aufbringen, weiter zu rennen, sich nicht einfach auf den Boden fallen zu lassen und das Gesicht in den Händen zu vergraben. Das Bild des Mannes, dessen Kopf vollständig in der heißen Brühe versunken war, stand ihm immer noch vor Augen. Es wurde größer und bedrohlicher, greller und unheimlicher, je schneller er rannte. Endlich hatte er den Waldrand erreicht. Japsend und keuchend ließ er sich hinter einem großen Haselnussstrauch auf die mosige Erde fallen. Ein schmerzhafter Hustenanfall überkam ihn. Er schnappte nach Luft und würgte. Aber ewig konnte er hier auch nicht liegen bleiben. Was sollte er tun? Über den kiesgestreuten Fußweg oder die asphaltierte Straße, die vom Restaurant nach unten ins Tal führte, käme er am schnellsten weg von diesem schrecklichen Ort. Aber dort konnte er gesehen werden. Im Wald hingegen kannte er sich aus. Da würde ihn niemand finden. Da wusste er Plätze, wo er sich verstecken konnte. Wenigstens so lange, bis er seine Gedanken wieder geordnet hatte. Siegfried Schlatt griff vorsichtig ins Gebüsch, um durch die Äste des Strauchs zu lugen. Das Gebäude war 100 oder 150 Meter entfernt. Es lag still und friedlich da. Kein Mensch war zu sehen. Auch in der Küche rührte sich nichts. Wieder erfasste ihn eine Welle der Panik. Was hatte er getan? Und hatte ihn jemand dabei beobachtet? Gab es Zeugen? Er verfluchte sich dafür, vorher seinen geruhsamen Waldspaziergang unterbrochen und sich auf die Terrasse des Restaurants geschlichen zu haben, um von da aus einen Blick in die dreimal verdammte Küche zu werfen. Aber die alte Schiefertafel am Weg hatte seine Neugier geweckt. Dort waren die Spezialitäten der Woche angeschrieben. Auch viele Pilzgerichte waren darunter. Gebraten, gesotten, gedämpft, frittiert. Er wusste, dass am Dienstag Ruhetag war. Aber trotzdem hatte er von drinnen Geräusche gehört. Wahrscheinlich bereiteten sie schon die Speisen für den nächsten Tag vor. Er war näher an eines der Fenster getreten, hatte Schatten über dem Herd gesehen, schließlich eine Gestalt in Kochschürze, die in der einen Hand eine abgestutzte Herkuleskeule, in der anderen einen geschundenen Schirmling hochhielt, um beide Pilze gründlich im Licht zu mustern. Das wollte er sich doch mal genauer anschauen, wie diese sogenannten Spitzenköche und Sternebrutzler die Pilze zubereiteten oder vielmehr banausisch verstümmelten, verkochten und zu einem undefinierbaren Irgendetwas verrührten. Schlatt war in dieser Beziehung Purist. Seiner Überzeugung nach durften Pilze, wenn der Verzehr schon unbedingt sein musste, nur Sekunden kurz angebraten und dann sofort unzerkleinert und ungewürzt genossen werden. Siegfried Schlatt konnte bei diesem Thema durchaus mitreden. Er war Pilzexperte. Er kannte sie alle, die tausend Arten und hunderttausend lokalen Varianten. Er wusste, was der Unterschied zwischen einem blassen Birkenreizker und dem täuschend ähnlichen Zottenreizker war. Gar nicht einmal vom Geschmack her. Pilzgerichte standen selten auf Siegfried Schlatt's Speiseplan. Er hatte sogar ein bisschen Abscheu davor, in das wabbelige Fleisch zu beißen. Was ihn weitaus mehr faszinierte, war das Aussehen der vielgestaltigen Waldfrüchte. Schon als Kind hatte er stundenlang vor den ausladenden Hexenringen des fuchsigen Rötelritterlings und wohlriechenden Schnecklings gesessen, hatte irgendwann einmal Block und Stift mit in den Wald genommen und sie gezeichnet. Das war ihm gut und immer besser gelungen. Schließlich hatte er die bildenden Künste zum Beruf gemacht. Und so war aus Rumpelstilzchen der gefragte Landschafts- und Pilzmaler Siegfried Schlatt geworden. Genau betrachtet sah er selbst eigentlich auch ein bisschen aus wie ein Pilz, klein und gedrungen wie ein Röhrling, in der Körperhaltung nie kerzengerade, sondern immer leicht windschief, gekleidet in den Waldbodenfarben des Herbstes. Goldenes Orange, sanftes Beige, Pistaziengrün. Eine sandfarbene Ballonmütze rundete den mykologischen Eindruck ab. Auch in Zeiten der digitalen Bildbearbeitung waren schlatzmalerische Künste gefragt, vielleicht sogar mehr denn je, denn er zeichnete die feinen Querschnitte der Fruchtkörper und die Oberflächenstruktur der Lamellen wesentlich anschaulicher, als ein tumbes Computerprogramm das konnte. Schlatt war gut im Geschäft. Viele Pilz- und Kochbücher waren mit seinen detailgetreu gezeichneten und gemalten Abbildungen versehen. Der klebrige Gürtelfuß neben dem aprikosen Wasserkopf und dem widerlichen Stacheling, alle zunächst frisch aus dem Boden geschossen, dann reif und in voller Größe, im Anschnitt, im Querschnitt, vor und nach dem Regen auf Sand- und Morastboden. Schlatts Haupt- und Staatsleidenschaft war die naturgetreue Abbildung von Pilzensembles. Wenn man vor einem seiner Ölgemälde stand, bekam man Lust, sich den appetitlich glänzenden, beringten Kahlkopf zu greifen, ihn herauszureißen und zu verspeisen. Gut, dass das unmöglich war, denn ausgerechnet dieses lecker anzusehende Prachtstück war hochgiftig. Seine Profession hatte Schlatt vor Jahren schließlich auch in das Waldrestaurant geführt. Er kannte den Besitzer Rico Hubschmidt, der dem Ausflugslokal seinen Namen gab, Hubschmitz. Er war eine Zeit lang Berater für das Restaurant gewesen. Jetzt prüften sie die Pilze selbst mit einer angeblich todsicheren App. Lachhaft. Nicht, dass er deswegen groß beleidigt gewesen wäre, aber in der Folge war der Kontakt zu Rico Hubschmidt und seinen Mitarbeitern eingeschlafen. Sei es drum. Mit dessen Pilzzubereitungsarten war Schlatt sowieso nie einverstanden gewesen. Die edlen Gebilde wurden zerquirlt und zermanscht, totgekocht und bewusstlos gedünstet. Das vornehmste und erhabenste an einem Pilz, sein edles und hochsymbolisches Erscheinungsbild, fiel dem Getriebe eines gefühllosen Siemens-Küchenmixers zum Opfer. Was hatte er da vorher auf dem Schild gelesen? Steinpilzsuppe nach Art der Bergbauern. Wie bitte? Nach Art der Bergbauern? Ab 1800 Höhenmetern wuchsen verdammt noch mal keine Steinpilze mehr! Schritte, knackende Äste. Laub wurde niedergestampft. Schlatt hielt den Atem an. Seine Augen weiteten sich vor Schreck. Seine Hände verkrampften sich in dem trockenen Moos. Er kauerte immer noch hinter seinem Haselnussstrauch und hoffte inständig, dass sich die Schritte wieder entfernten. Doch jetzt hörte er auch noch Stimmen, halb geflüstert, ganz in der Nähe, nur ein paar Meter weit weg von ihm. Er muss hier irgendwo sein, einen Schatten gesehen, über die Wiese gelaufen. Sie suchten nach ihm. Sie hatten ihn also am Tatort bemerkt und jagten ihn jetzt. Es war keine Einbildung gewesen. Oder doch? Schlatt wurde übel vor Angst und Panik. Gleich würde ihn eine Hand an der Schulter packen und hochziehen. Doch jetzt waren die Stimmen verstummt und dann entfernten sich die Schritte im Laub. Vorsichtig und quälend langsam zog er ein Fläschchen aus seiner Hosentasche. Es enthielt garantiert naturbelassenes, eigenhändig aus ausgewählten Magic Mushrooms extrahiertes Beruhigungsmittel. Gierig nuckelte er daran. Dann stand er langsam auf. Er sah an sich herunter und lächelte. Seine Herbstmanöver farbene Tarnkleidung hatte ihn wohl gerettet. Sie machte ihn eins mit dem Wald. Er nahm noch einen tiefen Schluck aus dem Fläschchen und kehrte dem albtraumhaften Ort den Rücken. Bald war er im dichten Gehölz verschwunden, das sich um ihn schloss wie die matschige Kappe des schleimigen Wüstlings, dessen Name allerdings in die Irre führte, denn dieser Pilz war durchaus essbar. Er schmeckte angenehm nach Weißkraut und Rettich. Kriminalhauptkommissar Hubertus Jennerwein und Polizeiobermeister Franz Hölleisen waren beide überhaupt nicht mit den stummen und reglosen Waldfrüchten zu vergleichen. Dafür waren sie viel zu beweglich und zu zielstrebig. Geschickt wie die Eichkätzchen kletterten sie vom Jeep, flink wie die Stichlinge schwärmten sie aus, um das letzte Stück des Weges zum Waldrestaurant zu Fuß zu gehen. Sie hätten auch mit dem Einsatzwagen direkt vor das Restaurant fahren können. Jennerwein hatte sich jedoch für die schrittweise Annäherung an den Tatort entschieden. Auf diese Art war er schon mehr als einmal auf entscheidende Auffälligkeiten gestoßen. Schon vom Parkplatz aus konnten sie in der Ferne das Gebäude sehen. Es stach bunt und werbeträchtig aus dem dezenten Waldgrün heraus. Man sah den neuen Anstrich, man glaubte sogar, die giftig-gelbe Holzschutzlasur zu riechen. Die geschwungenen Eisengitter vor den Fenstern des ersten Stocks und das steile, ziegelgedeckte Dach wiesen darauf hin, dass es sich um ein betagteres Gebäude handelte, das schick und rustikal modernisiert worden war, ohne den 120 Jahre alten Jugendstil-Charme zu zerstören. Die Dachziegel waren mosig-grün und verwittert, die kleinen Dachgauben wirkten wie Sahnehäubchen. Jennerwein wandte den Blick ab und betrachtete den bewusst grob gezimmerten Wegweiser, dessen Dach in derselben Farbe gehalten war. Hubschmitz, Lodge, Resort, Mushrooms and more. Zehn Gehminuten, Dienstag geschlossen. Mitten im Wald und so abgelegen, hätte ich kein Restaurant erwartet, sagte Jennerwein, während er die Schiefertafel mit den Wochenspezialitäten studierte. Es ist sogar ein Edelrestaurant, erwiderte Hölleisen und verzog dabei neckisch, blasiert das Gesicht. Weißwürstchen mit Zanderfüllung und Senf aus Mango. Ich selbst war noch nie drin, mein Einkommen aus dem mittleren Polizeidienst gibt das nicht her. Na, für einmal im Jahr zum Hochzeitstag mit der Frau Gemahlin wird's doch reichen, Polizeiobermeister. Ja, schon, aber wenn ich da gesehen werde, dann heißt doch gleich, da schau hin, da sitzt da der feine Pinkel, hält sich für was Besseres, tut immer so volkstümlich und stopft sich dann im Hubschmitz mit Hummer und Kaviar voll. Da hat man doch gleich einen Ruf weg. Außerdem bin ich kein Feinschmecker. Ich fühle mich in so einer geschleckten Umgebung überhaupt nicht wohl. Ich doch auch nicht, erwiderte der Kommissar lächelnd. Eigentlich hatte niemand im Team ein besonders enges Verhältnis zu abgehobenen gastronomischen Genüssen. Sie alle aßen gerne, gut, gewiss, aber ohne viel Aufhebens. Im polizeilichen Alltag blieb dafür auch keine Zeit. Hans-Jochen Becker war der typische Hamburger- und Bagelbeißerkopp. Ludwig Stengele aus Mindelheim zog einen Teller mit deftigen Allgäuer Kässpätzle jeder Ott-Cousin-Vergeistigung vor. Franz Hölleisen stammte aus einer alten Metzgersfamilie und liebte die derbe, unverschnörkelte Landkost, was oft genug auf Leberkäse-Semmeln hinauslief. Aber nur die von der Metzgerei Moll, pflegte er zu sagen, denn das war sein Maßstab. Die spindeldürre Polizeipsychologin Maria Schmalfuß hielt ein Übermaß an Raffinesse bei der Nahrungsaufnahme für eine psychopathogene, narzisstische Störung mit hohem Therapiebedarf. Sie naschte und pickte bei Tisch eher, als dass sie schlemmte. Nicole Schwadkes Kochkünste wiederum bewegten sich nach eigenen Angaben in strengen westfälischen Grenzen. Und von Kommissar Jennerweins diesbezüglichen Neigungen hatte man die ganzen Jahre über nie etwas gehört. Nur ein einziges Mal hatte er angekündigt, für das Team ein leckeres Mitternacht-Süppchen zuzubereiten. Aber dazu war es wegen der dramatischen Ereignisse auf seiner Hütte vor zwei Jahren leider nicht gekommen. Vielleicht holte er das ja irgendwann einmal nach. Versprochen hatte er es jedenfalls. Läuft das Restaurant denn gut, fragte Jennerwein. Ja, ich glaub schon. Es heißt, dass man nie einen Platz dort bekommt. Aber jammern tun die in der Gastronomie trotzdem alle. Kein Personal. Und wenn, dann nur stinkfaules. Von den Gästen kein Trinkgeld, kein Benehmen, keinen Respekt. Und dann natürlich die Vorschriften aus Brüssel. Sie hatten jetzt einen jähen Anstieg erreicht, den sie schweigend hinaufstapften. Durch die scharfen Serpentinen war das Hubschmitz wieder außer sich gekommen. Jennerwein blieb in der Mitte einer Steilkurve stehen und zeigte auf einen einzeln stehenden, auffällig herausleuchtenden Pilz am Wegrand. Es war ein saftiger Prachtborsche. Der halbkugelige, polsterförmige Hut glänzte dunkelbraun mit einem hübschen Klacksoliv. Der gelbe Stiel wirkte stämmig. Am auffälligsten war jedoch die knallrote Hutunterseite. Der Maler Schlatt hätte ihn natürlich sofort als essbaren, flockenstieligen Hexenröhrling identifiziert, der allzu oft mit dem giftigen Satansröhrling verwechselt wurde. »Wissen Sie, was das für ein Exemplar ist, Hölleisen?« Hölleisen betrachtete den Pilz näher. »Das ist wahrscheinlich ein Pappelschüppling,« sagte er mit einem kleinen, listigen Lächeln. »Es könnte natürlich auch ein gemeiner Gurkenschnitzling sein.« »Wollen Sie mich auf den Arm nehmen, Hölleisen?« »Die Namen haben Sie sich doch gerade ausgedacht.« Hölleisen warf seinem Chef einen komisch entrüsteten Blick zu. »Nein, wo denken Sie hin? Ich und mir was ausdenken. Die heißen wirklich so, ganz bestimmt. Opa, aber, essbar ist, das weiß ich nicht.« Janewijn richtete seinen Blick wieder auf den Weg. »Gibt es irgendwelche Besonderheiten bei dem Restaurant? Welche, die uns bezüglich des Falls interessieren könnten?« »Ich habe natürlich in unseren Dateien nachgeschaut, das Restaurant ist schon einige Male polizeiauffällig geworden. Nichts Hochkriminelles, aber es hat mehrere Anzeigen wegen Wettbewerbsverzerrung, unlauterem Wettbewerb, Geschäftsschädigung und was weiß ich noch alles gegeben. Um was ging es? Worum es bei Restaurants heutzutage immer häufiger geht, schlechte Bewertungen im Internet. Ein Konkurrent hat sich beschwert. Er hat dem Rico Hubschmidt vorgeworfen, an Bewertungen manipuliert zu haben. Ist denn das so leicht möglich? Ich habe mich ein bisschen umgehört. Da gibt es Manipulationsmöglichkeiten, da schnauzt du ab. Aber das kann uns die Frau Schwartke besser erklären. Die ist mit Internetdelikten aufgewachsen. Rein dienstlich natürlich. Ich habe sie schon angerufen und ihr die Sachlage erklärt. Sie müsste bald kommen. Sie stiegen weiter den Serpentinenweg hoch. Leiser Wind rauschte durch die Blätter. An vielen Stellen lag schon Laub. Ein schwachbrüstiger Herbstmond zitterte sich unentschlossen durch den frühen Oktobernachmittag. Jennerwein drehte sich zu Hölleisen um. Heute hat das Restaurant Ruhetag. Dann waren die Angestellten wohl gerade bei den Vorbereitungsarbeiten für morgen? Nein, erwiderte Hölleisen. Es sind gar keine Angestellten da. Heute haben die Mitglieder eines Laienkochclubs die Restaurantküche gemietet. Einer davon, ein gewisser Pascal Bretten, war als erster am Tatort und hat es uns gemeldet. Bretten, sagen sie? Pascal Bretten? Der Name kommt mir bekannt vor. Vielleicht waren Sie schon einmal Kunde in seinem Geschäft Augenoptik Pascal Bretten in der Steinstraße. Nein, einen Brillenladen habe ich noch nie betreten. Mit meiner Sehschärfe hätte ich Pilot oder Luchs werden können. Bretten spielt in seiner Freizeit auch kleine Rollen im hiesigen Theater. Vielleicht kennen Sie seinen Namen daher. Ich habe ihn auf der Bühne allerdings noch nie gesehen. Wissen Sie, Theater ist nicht so meins. Eine halbe Stunde packe ich immer, dann schweife ich mit den Gedanken ab. Jennerwein lächelte. Bei ihm war es ähnlich. Aber nicht, weil er dazu neigte, den Faden zu verlieren. Ganz im Gegenteil. Seine ansonsten recht nützliche Gabe, Unstimmiges in einem ansonsten stimmigen Rahmen sofort zu erkennen, führte bei Theaterabenden dazu, dass ihm der kleinste logische Fehler sofort auffiel und ihn vom eigentlichen Genuss abhielt. Wo ist Pascal Bretten jetzt? Maria Schmalfuß bearbeitet ihn gerade. Der Anblick am Tatort hat ihn sehr schockiert. Er ist einer von der sensiblen Sorte. Und wie darf ich mir diesen Kochklub vorstellen? Er ist ein sehr exklusiver Verein mit lauter angesehenen und ehrbaren Bürgern. Die treffen sich regelmäßig und dann lassen sie es krachen. Man hört, dass unter 13 Gängen gar nichts geht. Deshalb nennen sie sich auch so. Die 13 Gänge. Deutsch klingt natürlich nicht so edel. Deshalb hat er französischer Name her müssen. Très plat. Hölleiseln blieb stehen und deutete einen höfischen Kratzfuß an. S'il vous plaît, mon commissaire. Janerwein hätte gerne etwas in dieser Art erwidert. Doch er wusste nicht, was Polizeiobermeister in der Sprache der Flix hieß. Der französische Unterricht bei Frau Hage lag einfach schon zu lange zurück. Und solche nützlichen Sachen hatte man bei ihr sowieso nicht gelernt. Bald waren sie am oberen Ende des Weges angelangt. Das Restaurantgebäude mit seiner weit vorgeschobenen Terrassenanlage lag vor ihnen. Rundum flatterten polizeiliche Absperrbänder. Und einige Jäger und Sammler aus Hans-Jochen Beckers spurensicherer Truppe flitzten und krabbelten herum wie Ameisen, die Zuckerstücke wegschleppten. Es waren allerdings weiße Ameisen, denn alle trugen die gleichen hellen Ganzkörper-Overalls, sodass sie eher aussahen wie Riesenmaden auf zwei Beinen. Ob Hans-Jochen Becker selbst anwesend war, ließ sich nicht erkennen. »Ich glaube, da können wir noch nicht rein«, sagte Hölleisen. »Erzählen Sie mir inzwischen noch mehr von dem Kochklub«, sagte Jennerwein. »Sie scheinen ja ganz gut Bescheid zu wissen.« »Ich kenne einige von den Trespla, ein paar sogar näher. Darum ist dieser Fall für mich persönlich gar nicht so leicht zu packen, das müssen Sie mir glauben. Aber ich will es professionell angehen. Bei denen ist es ein bisschen wie in einem Geheimbund. Man kann doch nicht einfach Mitglied werden. Jemand muss für einen bürgen, wie bei den Freimauern. Der Rico Hubschmidt ist der Einzige, der vom Gastronomiefach ist. Die anderen sind Ärzte, Unternehmer, Rechtsanwälte. Mit dem Laien-Schauspieler Pascal Bretten haben Sie auch einen Künstler dabei. Es sind lauter Männer, wie man sich das bei einem Kochklub so vorstellt. Nein, bei den 13 Plattlern sind auch Frauen dabei. Zum Beispiel die Erika Lorek, die zusammen mit ihrem Mann, dem Dachdeckermeister Thomas Lorek, zu den Kochabenden geht. Wahrscheinlich sind die beiden so etwas wie die Quotenproletarier. Thomas Lorek? Ist das nicht das Opfer, das in der Suppe ertrunken ist? Richtig, der Lorek ist der letzte Spross einer alten Dachdecker-Dynastie gewesen. Fünfte Generation, gut laufendes Geschäft, viele treuergebende Angestellte, seine Frau Erika, ein bisschen bieder, aber bildhübsch, herzige Kinder. Und dann muss er so enden. Direkt würdelos für einen Dachdecker, finden Sie nicht. Das Ertrinken, meine ich. Die Mitglieder sind also lauter ehrenwerte Bürger. So ist es. Und ganz arm ist da auch niemand. Jedenfalls veranstalten die manchmal Wohltätigkeitsaktionen. Einen Stand auf dem Christkindlmarkt, Spendenaufrufe, Sammlungen mit der Klingelbüchse, Schirmherrschaften, solche Charity-Sachen halt. Der Angriff könnte also dem Club insgesamt gegolten haben. Hölleisen kratzte sich am Kopf. Ich weiß nicht zurecht. Was soll jemand gegen solch einen zwar gespinnerten, aber dann doch letztendlich harmlosen Verein haben? Wird denn immer in diesem Restaurant gekocht? Meistens, ja. Da haben Sie wahrscheinlich die am besten ausgestattete Küche. Der jeweilige Löffel führen die bestimmten Gerichte und einer darf immer einen Überraschungsgast mitbringen. Verschwörerisch und mit einer angedeuteten, vorgehaltenen Hand fügte Hölleisen hinzu. Einmal, so wird gemunkelt, soll der Bundespräsident höchstpersönlich dabei gewesen sein. Nur gemunkelt? Bei so einem Kaliber wie dem Bundespräsidenten müsste sich das doch herumgesprochen haben, schon allein wegen der Koordination der Security mit der lokalen Polizei. Eben nicht. Der soll ganz alleine gekommen sein und sich darauf verlassen haben, dass nichts nach außen dringt. Jenerwein schüttelte verwundert den Kopf. Hölleisen seufzte. Auf seinem gutmütigen Gesicht erschien ein Anflug von Sorge. Ja, wie soll ich sagen? Es gibt noch jemanden, der bei dieser Hobbykoch-Clique dabei ist, nämlich eine alte Bekannte von Ihnen, Chef. Es wird Ihnen nicht gefallen, aber so ist es. Die Staatsanwältin Antonia Beißle. Über Jenerweins Miene huschte ein sorgenvoller Schatten. Die schon wieder. Ich wusste gar nicht, dass die kochen kann. Ihre Apfel-Maracuja-Muffins beim letzten Klassentreffen waren jedenfalls steinhart. Vielleicht hat sie sich ja deshalb den 13 Gängen angeschlossen, um es zu lernen. Jenerwein musste lächeln. Antonia war Klassenkameradin von ihm gewesen. Schon damals hatte er sich mit ihr gefetzt, wo es nur ging. In den letzten Jahren hatten sich ihre Wege immer wieder und in immer kürzeren Abständen gekreuzt. Antonia hatte sich in ihrer Eigenschaft als zuständige Staatsanwältin in seine Ermittlungen eingemischt und ihn dabei oft zur Weißglut getrieben. Sie hatte ihm dazwischen aber auch immer wieder geholfen. Umgekehrt genauso. Er hatte sie einmal sogar aus einer lebensgefährlichen Situation befreit. Aber im Grunde schien sie nur ihre gegenseitige Abneigung zu verbinden. Ist sie schon informiert? Die Antwort Hölleisens ging im lauten Geknatter eines Hubschraubers unter, der hinter dem Gebäude startete. Becker ließ damit wohl die ersten Materialproben ins Labor fliegen. Die spurensicherer Maden taten ihre kleinteilige und schweißtreibende Arbeit. Die meisten von ihnen befanden sich auf der anderen Seite des Gebäudes. Vorsichtig hob Jennerwein das Absperrband hoch, um über die Wiese zum eigentlichen Tatort zu gelangen. Sie zeigten ihre Dienstmarken. Eine der Maden winkte näher zu treten. Eine gepflegte Hütte, rief Jennerwein anerkennend und musterte das Gebäude von oben bis unten. Es war ein zweistöckiges Haus mit gut erhaltenem Mauerwerk und gelb bemalten Holzverblendungen. Im ersten Stock waren kleine Zierbalkone zu sehen. Die Fenster dort waren mit schmiedeeisernen Gittern gesichert. Eine deutliche Erinnerung an die ehemalige Nervenheilanstalt. Ja, ja, der Rico Hubschmidt hat das alte, verfallene Sanatoriumsgebäude renoviert, sagte Hölleisen. Er hat dabei ziemlich viel Geld reingesteckt. Aber wenn Sie natürlich so einen wie den Bundespräsidenten einladen, dann ist diese Lage schon das Beste. Etwas erhöht, mit mehreren Fluchtwegen nach allen Seiten. Sogar einen Hubschrauber-Landeplatz gibt es hinter dem Haus. Ich brauche jedenfalls eine Liste der Mitglieder von diesem Tresplat. Ich habe schon damit angefangen, Chef. Manche kenne ich ja. Aber eine vollständige Liste zu bekommen ist wahrscheinlich nicht so ganz einfach, nachdem es ja ein Geheimbunt ist. Doch angesichts der traurigen Umstände werden Sie schon damit rausrücken. Sie gingen auf der breiten, edel mit Terracotta gepflasterten Terrasse um das Gebäude herum, versucht nach ein paar Blicke durch die Fenster zu werfen. Die meisten waren jedoch durch altmodische, ebenfalls frisch gestrichene Fensterläden verschlossen. Über den Fenstern waren Tafeln angebracht, auf denen launige Sentenzen zum Thema Wein, Bi und Schnaps zu lesen waren. Sokrates, Goethe, Freud, Adorno. Es schien so, als hätte jeder Dichter und Denker etwas zu dem Thema geschrieben. Schade, dass man einen Wein nicht streicheln kann, Kurt Tucholsky. Der Wein wandelt den Maulwurf zum Adler, Charles Baudelaire. Der Rausch ist ein Zustand, der zu Affekten disponiert, indem er die Lebhaftigkeit der anschaulichen Vorstellungen erhöht, das Denken in Abstrakt oder gegen schwächt und dabei noch die Energie des Willens steigert. Arthur Schopenhauer Bald standen sie vor der Küchenzeile. Hier war die Fensterfront auslagenähnlich vergrößert worden. Sie lud zum Hineinschauen ein. Die vorbeiflanierenden Gäste sollten wohl den Eindruck einer sauber-kreativen Küche bekommen, die nichts zu verbergen hat. Ein merkwürdiger Tatort, murmelte Jennerwein. Eine voll erleuchtete, offene Bühne. Einer der Spurensicherer winkte sie wortlos näher, als ob durch eine gesprochene Aufforderung allzu feine Spuren, die noch in der Luft lagen, zerstört worden wären. Er zeigte auf eine Stufe schräg neben dem Fenster, von wo aus man einen relativ guten Blick in die Küche hatte. Als Jennerwein und Hölleisen sich genau an der Stelle befanden, von der aus Siegfried Schlatt vorher in die Küche geschaut hatte, bot sich dem Polizisten der gleiche schreckliche Anblick. Ein großgewachsener Mann mit quietschgrünem T-Shirt und Saucen verschmierter Kochschürze war über den Herd gebeugt. Sein Kopf war vollständig in einem großen Topf versunken. Die Hubschraubergeräusche waren inzwischen verstummt, und die völlige Ruhe wirkte wie ein Paukenschlag. »Ein 70-Liter-Topf«, bemerkte Hölleisen trocken, »da hat schon was Platz drin.« Jennerwein beugte sich vor. Die Hände des Mannes waren unter das Eisengitter des Gasherds geschoben, die Finger gespreizt und unnatürlich verdreht, was den Körper daran hinderte, vom Herd herunterzurutschen und auf den Boden zu fallen. Die Hände waren an einigen Stellen bis auf die Knochen verbrannt. Der Topf selbst war bis zum Rand gefüllt, viele eingetrocknete Suppenspritzer neben dem Gasbrenner verrieten, dass er übergelaufen war. Eine Armlänge vom Topf entfernt lag der passende Deckel dazu. Jennerwein fiel auf, dass er blitzblank war. Es schien so, als ob er nachträglich hingelegt worden wäre. Ein Reuspern ertönte. Hans-Jochen Becker, der Alpha-Spurensicherer, stand hinter ihnen. Seine Haare waren super kurz geschnitten, deswegen fielen seine großen, abstehenden Ohren besonders auf. Becker hatte seinen Helm abgenommen, bunte, herausquellende Drähte und ein blinkendes Display in der Sichtscheibe verrieten, dass es sich um einen Funktionshelm handelte mit Infrarotsensor, Kamera, Materialbestimmungstool und anderen Messgeräten. »Viel Hoffnungen mache ich Ihnen diesmal nicht«, sagte er mit seiner knarzigen, unfreundlich wirkenden Stimme. Alle wussten, dass er es nicht so meinte. »Wir haben es hier mit einem aus forensiker Sicht äußerst unergiebigen Tatort zu tun. Nicht, weil wir zu wenig Spuren vorgefunden haben, sondern weil es ganz im Gegenteil viel zu viele davon gibt. Auf kleinstem Raum hat sich eine Horde von Menschen bewegt. Hustende, schwitzende, herumtrampelnde Spurenvernichtungsmonster. Jeder hat die seines Vorgängers überlagert und verfälscht und sie dadurch bedeutungslos gemacht. Die scharfen Reinigungsmittel, die in einer Küche offensichtlich tonnenweise verwendet werden, erleichtern unsere Arbeit auch nicht gerade. Der Todeszeitpunkt ist wegen der großen Temperaturschwankungen und der hohen Luftfeuchtigkeit in der Küche nicht genau festzustellen. Auch die Gerichtsmediziner werden keine große Freude an dem Tatort haben. Dürfen wir schon rein? Nein, wir brauchen noch eine Weile. Die Menge an Töpfen und Tiegeln und Kisten, die wir zu untersuchen haben, ist enorm. Aber hier auf der Terrasse können sie sich schon frei bewegen. Eine Frage habe ich noch, sagte Jennerwein. Becker zuckte die Schultern. Brannte die Gasflamme unter dem Topf noch, als sie am Tatort eintrafen? Genau, das habe ich Pascal Bretten, den Augenoptiker, auch gefragt. Er gab an, dass sie bei seinem Eintreffen noch auf allerkleinster Stufe stand. Er hat sie ausgeschaltet. Haben Sie die Temperatur der Brühe gemessen? Becker warf Jennerwein einen kurzen Blick zu. Nein, Chef, ich bin den ganzen Nachmittag auf der Terrasse gesessen und habe mir die Fingernägel lackiert. Ich mache hier nur Urlaub. Zur gleichen Zeit irrte der kleine, buckelige Mann mit der sandfarbenen Ballonmütze immer noch schwer atmend und mit gehetzten Blick durch den Wald. Der Landschafts- und Pilzmaler Siegfried Schlatt versuchte vergeblich, das Bild der Leiche aus seinem Kopf zu bekommen. Jetzt hielt er an und ließ sich erschöpft auf einem umgestürzten Baumstamm nieder. Er war so durcheinander, dass er inzwischen nicht mehr ausschloss, dass er selbst es war, der den Mord begangen hatte. Er war so, dass er nicht mehr ausschloss, Vielen Dank.